Das sind Tina, Ralf und der kleine Finn. Sie lieben es zu wandern und nichts kann sie davon abbringen. Nicht einmal die Suche nach einem neuen Zuhause. Sie haben einen Remax-Makler, der Ihnen klar und transparent den Weg weist, damit Sie immer wissen, in welche Richtung es geht. Okay, fast immer. Entscheiden Sie sich für den richtigen Weg mit einem Remax-Makler, der Sie an jedem Hindernis vorbeiführt. Relax mit Remax.